Jugend auf Party. Das Institut Zuchtprävention hat gemeinsam mit dem Verein EASY bereits zur 13. Tagung über Jugend und Alkohol bzw. Drogen geladen. Mit dabei waren zahlreiche Experten, die einen differenzierteren Blick auf Jugendliche und deren Erfahrungen warfen und unter anderem auch die positiven Seiten von Partys dargestellt haben. EduDays, Schule im Zeitalter der Digitalität. Unter diesem Motto haben sich wieder zwei Tage lang Experten am Campus der Donau-Universität in Krems getroffen. Von BeBots über Flipped Classroom bis hin zu Augmented Reality im Unterricht. Die EduDays verstehen sich als Tagung, die Themen rund um das Lehren und Lernen mit digitalen Medien an den Schulen aufgreift. Und druckfrisch, ab sofort finden Sie unsere Angebote, Unterrichtsmedien und Informationen aus dem Bildungsbereich nicht nur online, sondern auch zusammengefasst auf 24 Seiten in unserem Education Magazine. Das erscheint ab nun regelmäßig und dient als Ergänzung zu unseren Portalen.